Ein Tag des Trübsinns im Trainingslager. Bundestrainer Löw muss das bittere EM-Aus des Dortmunders verkünden. Wieder erwischt es Marco Reus, wieder spielt sein Körper nicht mit. Er hat schon auch massive gesundheitliche Probleme und er kann im Moment nur gerade auslaufen. Es ist eine Schambeinentzündung, die bis in die Adduktoren ausstrahlt. Löw blieb nach Beratung mit Dr. Müller Wohlfahrt keine andere Wahl. Die Mediziner sind natürlich auch da sehr skeptisch, dass er die nächsten Wochen auch bei diesen zehrenden Spielen und bei diesem zehrenden Turnier dann auch voll belastbar ist. Krankenakte Reus. Vor zwei Jahren, kurz vor der WM, stoppte ihn eine Bänderverletzung. Heute an seinem 27. Geburtstag wird er erneut zur tragischen Figur. Von daher ist es für uns natürlich auch und für ihn auch eine bittere Entscheidung gewesen und eine Enttäuschung für uns alle. Für Reus ist wieder einmal ein Turniertraum geplatzt.